Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge SiblikTV. Mein Name ist Michael Wolfram und es freut mich Ihnen heute vorstellen zu dürfen, wie einfach es möglich ist, Ihre Musik vom Smartphone direkt auf Ihre Einbau- oder Aufbau- oder Lautsprecher zu streamen. Das Produkt, das diese Funktionalität löst, genannt MP55, ist in Wirklichkeit ein Bluetooth-Receiver, der in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden kann und noch zusätzlich uns die Möglichkeit bietet, sowohl Apple-Endgeräte, sprich iPod oder iPhone, aber auch alle anderen Smartphone-Hersteller per Mini-USB zu laden. So einfach wie die Installation zu bewerkstelligen ist, so benutzerfreundlich ist auch das Einlernen des jeweiligen Endgerätes auf dem Bluetooth-Empfänger. Und zwar startet man hierzu einfach per kapazitiven Touchsensor das Gerät in den Einschaltmodus, die Rückmeldung hier über eine wunderschöne blaue LED. Und dann kann man auch schon hier in das Endgerät in seine Bluetooth-Einstellungen einsteigen, um das Gerät einerseits zu finden und gleich anschließend mit dem Gerät zu koppeln. Sobald der Kopplungsprozess abgeschlossen ist, können Sie sofort auf Ihrem Endgerät die Musik starten und in Ihren bevorzugten Räumen wie Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Badezimmer als auch im Büro genießen.